So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Netzwerp Pokémon Smaragd Und wir hauen jetzt mal die Pokémon kaputt In einem Doppelkampf Gegen Rabauts und Radfatz Felino Ja, Barnett ist weg, wunderschön Stolos und Gardevoir hat er noch mitgenommen Dann setzen wir mal noch Gardevoir ein So, wir wollen hier nämlich mal ein bisschen vorankommen Denn ich will hier noch sozusagen die Champs der jeweiligen Arenen immer besiegen Und den Goldenen Pass bekommen Und danach ist dann Smaragd beendet Und deswegen wollen wir uns jetzt mal hier ein bisschen ranhalten Dass wir hier gut vorankommen Das hat hier eine Wirkung für Felino Ja, budel dich ein Alles klar, dann So Passiert nichts Passiert nichts Ja, das hat ja viel gebracht So, Psychokinese Und weg ist Felino Gut, damit haben wir diesen Kampf auch gewonnen Keine Ahnung, wieviel das jetzt war Ah, Nummer 5 Okay, weiter Muss glatt sein Eine Attacke muss glatt sein Ja, genau Dumm, 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 dumm Ein Owei und ein Knacklion Alles klar Psychokinese Und Spukball Okay, jetzt nicht mehr effektiv Das hat gut getroffen Das hat gut getroffen Das hat gut getroffen Banette wurde bepflanzt Und Knacklion setzt natürlich noch Toxin ein Alles klar Gut Oder auch nicht Drachenklaue So, machen wir mal so Das Treppe wenigstens neutral Und Owei müsste weg sein Alles klar Was kommt jetzt? Puh, Dox Okay So, Knacklion brennt Knacklion setzt Sandwirbel ein Ach, wegen Egelsam Kommt Pudox jetzt noch Energie So, dann ist Psychokinese Glaub ich Bei dem gut wirken Und bei dir Bei Knacklion reicht eigentlich Eine Finte Na, wusste ich's doch So, hau weg da Was Pudox Psystrahl Banette auch noch Okay, hat er überlebt Sehr gut Knacklion ist damit weg Gebiya Ach, das ist hier so ein Wasserläufer Gut, zerschnellt auf Pudox Und du setzt Fluch auf Gebiya ein Hörst du Boah, doch nichts mehr mit Fluch Alles klar Gardevoir Gut Mach mal Dachklau Und du machst Donnerblitz So Was kommt jetzt? Ach, ach, ich habe kaputt gauen Das war super glatt, okay Das war dann jetzt der sechste Trainer Dann kommt jetzt Ah ne, Gegner Nummer 6 erwartet mich jetzt erst, okay Gut, wir müssen fünfmal so eine Runde überleben Ich muss Pokémon vergöttern, wie Kinder Damit wir den silbernen Pass bekommen Danach nochmal fünf Runden Dann bekommen wir den goldenen Pass Das erscheint jetzt im ersten Moment etwas lange Und der Duell-Turm ist auch der einzige Der uns so lange aufhalten wird Die anderen Kampferringen gehen dann etwas leichter Und zum anderen finde ich das eigentlich ganz interessant Weil hier irgendwie Die sehr lustige Pokémon zum Vorschein kommen Die Psychokonese auf dich Und Licht auf Kind Worm Ähm Leo wollte das LP ja so schnell wie möglich bänden Und ich glaube, das passt ihm jetzt nicht so ganz Dass wir das hier noch so ein bisschen Oh, ein Kami-Mani in die Länge ziehen Aber ich finde das noch ganz spannend Diese letzten Arenen in der In der Kampfzone Und äh, ich meine, ich habe auch jetzt nicht umsonst nochmal die Pokémon auf der Box trainiert Sondern die sollen dann ja auch schon ein bisschen Äh, ja Was machen Drachenklau machen wir mal auf Kani-Mani? Obwohl sie sich auch auf Kind Worm machen können Mauen Drachenklau auf Kind Worm Und du machst Sputball auf Kani-Mani Genau, da Kind Worm da ist, trifft ihn das Mit doppelten Schaden Ist das überhaupt doppelter Schaden? Zweifacher, zweifacher, keine Ahnung Äh, es kommt hier mit dem Manky Okay, das ist interessant Ah, war nett Okay Kann ich ja mal mit Lachios, äh, Scheinwerfer versuchen Gucken wir mal auf Manky Du machst nochmal ein Sputball auf Kani-Mani Kreideschrei Verteidigung sinkt, ist nicht so schlimm Boom Damit ist Manky auf jeden Fall weg Ey, das überlebt er nie im Leben Nicht Scheinwerfer, ey Und das, obwohl die Attacke so selten trifft Schlitzer Wow, geht so So, machen wir mal hier noch einen Sputball So, zack, Drachenklaue Hier kann er noch verbrennen, aber Kommt eh nicht mehr zum Einsatz Der Drachenklaue Kani-Mani jetzt tötet Das ist Züchter hier, ey Traurig für meine Pokémon War aber schon da Kinder, ne, Kinder Wenn Pokémon machen sie wieder fit Dup dum 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 Äh, ja, auch mit den Dialogen bei mir Ich hab ja die Dialoge meistens Komm schon, Spielzeit ist aus Äh, die meisten Dialoge übersprungen Das wollen wir in Platin dann anders machen Und, äh, da auch wirklich Fast jeden anquatschen So, oh Ah, Giraffarig Auf Giraffarig musst du ja eigentlich Dann Psychokinese-Bug sein Und, schau auf ihn, mach mal einen Sputball Nö, ist überhaupt nicht effektiv Okay Psycho-Strahl Hm Okay Spezialverlösung Steigstark Äh, dann mach mal Dach Klau auf Giraffarig Und du machst Fluch auf Kürtel So, dann müsste Giraffarig eigentlich jetzt Platt sein Ja, ist es auch So, was haben wir jetzt? Kamerups Noch so'n Stompftier So, jetzt haben wir ein Fluch auf Kürtel gelegt So, jetzt haben wir ein Fluch auf Kürtel gelegt So, Psykkeneder auf ihn und du machst den Donnerblitz auf Kürtel. Schutti, haa, schutti, 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 ist klar. Jetzt kommt er wieder mit sowas an, ey. Ja, naja, schutti, setz. Probieren wir den Donnerblitz. Haha, er hat abgezogen. Und jetzt hat er sogar noch eine scheiß Beere drauf. Die ihn aber nichts genutzt hat. So, Scheinwerfer. Und du machst mal Hypnose? Vielleicht kommen wir ja mit Traumpfresser besser bei ihm voran. Oh, Scheinwerfer trifft sogar. Sehr gut. Müsste Kamerub eigentlich... Ja, müsste eigentlich weg sein, genau. So, Kürtel ist eingeschlafen. Kochtel, Kürtel, Köttel, wie auch immer. Na, Kürtel vor allen Dingen. Kürtel. Kürtel. Sein Kuh. Kürtel. Wie Quark. Ja, komm, wir sind vom Sandsturm getroffen. Zaaack, wir werden alle einmal vom Sandsturm getroffen. So, noch der Fluch verletzt. Der Fluch verletzt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Vielleicht da, ein kleiner mehr bei ihm? So. Noch machen wir da... Traumpfresser. Heile ich mal an ihm. Und er macht wieder ein... Nuuhu. Niiuuhu. Niiiuii. So, was kommt jetzt? Easonior! Zweite Generation Pokémon! So, jetzt werden wir erst mal der allerlei rum getroffen! So, jetzt mach ihn da mal kaputt! Und du machst ein Donderbild auf ihn! Hohoho! Mein Gott! Ja, dann komm tot! Sind wir alle erst mal wieder getroffen? So, jetzt machen wir noch mal ein Donderbild auf ihn! Ha, 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 ha! Ihr seid so Arschlöcher, wisst ihr? Das sind wirklich kleine, dreckige Bastarde! Ja, ha, ha, ha! Ja, ha, ha, ha! Wir müssen jetzt noch ein Donderbild auf ihn! Geht doch! Stark! Jetzt noch Donder, bitte! Ah, leck mich doch am Arsch hier! Leck mich mal ganz geflickt am Arsch jetzt hier! Ja, jetzt geht gerade wo... Ach, der hat sich gelegt jetzt, der Strom. So, hier Hypnose. Brauchst du nicht mehr, hab ich in die Seite schon platt gemacht. Ich bin ein bisschen geschmarrt, Konkert. Bitte nicht schlagen! So, herzlichen Glückwunsch, alle sieben Trainer wurden besiegt. In der Anerkennung deines herausragenden Talents geben wir dir drei Gewinnpunkte... Ne, zwei! Entschuldigung. Kommen wir auf drei. Alles klar, dann müssten wir jetzt schon zwei Siege im Duell-Turm haben. Wie gut, welche Pokémon habe ich denn alle dabei? Keckleon habe ich noch dabei. Alles klar. Hier werden die Fiekern der Trainer auf die Borobo gestellt. Willkommen im Duell-Turm. Ich erkläre dir den Kampfform von Multicamp. Willst du wieder Hausfrau in Multicamp stellen? In der Multicampform des Duell-Turms werden Multicampfer ausgetragen. Und an einem Multicamp-Tainer-Turm Ja, von euch sind zwei Pokémon in Kampfen. Im Kampfen gibt es ein Team in Unsch. Hier triffst du andere Trainer. Finde einen Partner, damit die an einem Multicamp teilnimmst. Ist dein Partner eingefunden, kannst du Multicampform machen. Wir werden die sieben Team für euch. Schauen wir uns alle sieben zu besiegen. Hättest du Gewinnpunkte. Würdest du in Kampfe... Hm, bla, wirst du nicht disqualifizieren. Hm, 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 zum Kampfeuern. Wir kommen von so einem zweiten Kamp... Wofür scheifst du dich? Offene Kämpfe? Bitte, wähle zwei Pokémon aus, die antreten sollen. Alles klar, diesmal nehmen wir Kek-Lehrmann als erstes mit. Und Lachios als zweites. Huch! Wofür... Wofür... Okay, speichern. Ja, ich möchte gerne speichern. Gut, Lachios... Mit dem... ... läuft das eigentlich immer alles recht gut. Ich bin ja jetzt Multicamp-Ampfer. Alles klar. Oh, das ging auch schnell. Bitte such dir unter den Trainern hier einen Partner aus. So, wir nehmen mal... Sie hier. Hallo, ich bin Trialid Froni. Wer mich beim Laufen begleitet, eine Medite, das Turm kickt kann. Und ein Schwalbini, das fliegen kann. Nun, sollen wir ein Team medippeln? Ja. Das ist wahr, Sportgeist. Ich werde uns schnell registrieren. Laufs nicht weg. Vielen Dank. Nun werde ich dir den Raum für die Multicamp-Ampfer zeigen. Vielleicht hätte ich nochmal die anderen Trainer angucken sollen. Ich dachte, ich kann nach jedem Kampf wechseln. Aber anscheinend muss ich jetzt mit ihr dauerhaft kämpfen. Aber ist auch in Ordnung. Medite und Schwalbini ergänzt ja ganz gut mein Keklion und Lachios. Ich glaube, einkaufen ist mein Hobby. Hier ist es viel heiß. Hier ist es viel heiß. Diese Dialoge. Wow, man, das ist ja mal hier ein geiler Screen, ey. Was geht hier los? Oh nein, nicht schon wieder so eine Rumkugel, bitte. Und da dreht er sich nochmal. Du-du-du-du-du! Okay, zwei Wasser-Pokémon. Ähhhhh, probieren wir erstmal Schlitzer bei Felino. Er macht schon mal einen Turm-Kick. Das ist schon mal sehr gut. Und heute sehen wir, ob es gleich damit schon mal aus dem Rennen geht. Zack. Na, Keklion habe ich nicht ganz so weit trainiert. Aber irgendwann reicht es ja auch mal. Nicht mal alle auf Level 70 oder am besten nur Level 100, aber... Felino, Regentanz, alles klar. Es fängt an zu regnen. Es regnet weiter. Gut. Fangen wir mal Anti-Kraft auf... ...hin. Wobei, das dürfte ja eigentlich nicht so eine große Wirkung haben. Und zwar jetzt eigentlich ganz schön blöd von mir. So, haut er das Luturzel auch weg. Das wäre sehr schön. Alles klar, Mann. Wie gut haut er richtig rein. Hier war doch die richtige Wahl. Ja, 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 ja. Ist nicht effektiv. Ich weiß es doch. Schaufler! Aha! Gleich sind das Sonnenlicht. Äh... Das Winde. Geht daneben. Geht daneben. Geht daneben. Okay, Medite ist weg. Jetzt muss Schwalbini zeigen was es kann. Hier probieren wir mit dem Psychstrahl. Okay, Schwalbini fliegt. Jetzt nochmal Regentanz ein. Und jetzt ist eine Beere ein. Auch sehr schön. So, mit Züstrahl ist Flino jetzt auch weg. So, was kommt jetzt noch? Der Liebeskuss. Was bist du denn? Bist du wie Strahlen? Oh, doch. Es taucht einfach unter. Also klar, den Kampf schaffe ich aber nicht mehr. Den muss Leo dann weitermachen. So, Züstrahl. Ja gut. Dann lasse ich Leo hier raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommen nämlich die ganzen Kämpfe und... Ja, bis dann. Tschüss.